Hallo Leute, heute habe ich den ersten Raid für euch aus dem neuen Vibe und zwar war ich auf Wutz unterwegs mit der UMP, die hatte ich gefunden, war ein ziemlicher Glücksfund. Ihr werdet sehen, wie eine UMP mit FMJ im Anfangsvibe wirklich abliefert, beziehungsweise wie jede Waffe, die vollautomatisch ist und kontrollierbar, abliefert. Man will einfach so eine Waffe haben in den Situationen, wo ich mich da befunden habe, mit einer Mosin oder mit einer Pistole. Da hätte ich da keine Chance gehabt, aber ich will nicht so viel vorwegnehmen, ich war auf jeden Fall auf Wutz am Lager, habe Iskra gesucht und Morphin, das war die Aufgabe. Und der ein oder andere hat sich in den Weg gestellt. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv.au, Link unten in der Description, schaut mal vorbei, vielleicht bin ich jetzt gerade sogar live. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video und jetzt viel Spaß. Na, der Spawn ist doch fürs Lager. Na, als Administrator ausführen brauchst du das Game nicht, dass die Quest weitergeht, das ist Quatsch. Wir sind jetzt Level 4. Marathonläufer. So, und alles wird etwas grauer. Dann wenigstens ein Kapper dahinter, wenn es ein Witz ist, aber... Ne? Nicht, dass das noch jemand ernst nimmt. Nur gute Tipps hier. Das war's für heute. 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 Äh, 15, 20 konnte man spielen. Das war's für heute. 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 Ooh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Rock-Tag. Essen und das war's für heute. 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 Ich seh gesund aus. Ich weiß, ja. Wir müssen jetzt raus hier. Oldschool. Der lohnt sich nicht mehr. Treffen nix. Wird warten. Das war's für heute. Läuft sehr gut, Treffnex. Wirklich gut. Auch wenn es gerade nicht so scheint, aber Early-Level läuft extrem gut. Die UMP war echt tatsächlich der beste Loot heute. Das Beste, was ich heute gelootet habe. Das Ding ist einfach Gold wert. Ey, Schlusslicht-Performance, wie geht's? Oh, shit. Hätte ich jetzt nicht so viel Essen und nicht so viel Heal dabei, ich wäre Geschichte ohne das CMS. Also, wieso bin ich... Habe ich denn jetzt Schmerzen? Ich bin doch nicht mehr am Verdursten. Das ist auf 49, Mann. Jetzt diese Sicht weg. Geht doch. Das wird sein, Zeige. Moin, Gecko, wie geht's? Ich bin flott auf jeden Fall. Leveln geht gut von der Hand. War ein guter Vibe-Start. Ich bin heute noch von keinem Spieler erschossen worden. Nur von einer Richalaguard. Und das war mein eigener Fehler. Es war nicht mal knapp mit den Spielern. Easy. Nee, es war extrem knapp, aber dank meiner UMP und meiner Rüstung, die in etwa einen Treffer getankt hat, habe ich alles überlebt. Mein Helm, nichts, einen Treffer in die Rüstung. Mit dem ganzen Fight. Wie kann das sein? Wie kann das denn bitte sein? Leute, hallo YouTube, da war doch eine gute Runde. Die könnte man auch theoretisch verwenden. Und Level 11 am ersten Tag. Let's go. Let's go. 4.500 XP. 5 Kills. Passt. Passt. Da, das waren alles Bärs. Der erste war Yusek, der Rest waren alles Bärs. Ich hätte da niemals rausgehen müssen. Passt. So. Damage Absorbid bei Armour, 760. Amour used. Nein, 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 okay. Eieiei. 5 PMC-Kills. Level 11. Auf geht's. Road to Level 12 schon direkt. Vom allerfeinsten. Machen wir hier einen Marker. Machen wir hier wieder. Dann hast du einen, wir haben hier. Auf 545 BP, äh. PSD, BP. BS. 545 BS habe ich abbekommen, okay.